Moin Freunde und Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Drrrr asks es meine Freunde und damit was geht ab Wir sehen, wir sind hier schon im Browser drin und wir haben hier einmal die Jesse natürlich auf Stufe 1 und 0 und wir haben heute diesen Brawler meine Freunde bis Rank 40 und bis Rank 99 springen und damit einen Weltrekord aufstellen Lasst unbedingt ein Like da und abonniert meinen Kanal okay wir sehen hier die seifenblase können wir benutzen die benutzen wir natürlich für sie haben dann haben wir ein anderes kostüm besser gesagt ein anderes kind hier mit badewanne einfach hier einfach mit badewanne einfach sommeroptik ihr wisst meine freunde sommer einfach mega cool in den kommentaren schreibt ihr den sommer cool ja oder nein ich würde mal sagen wir gehen erst mal die erste road ein oder wollen wir wollen wir oder nicht lassen like und ab oder hey meine freunde es beginnt trio showdown let's go da vorne ist die ruhe ehrlich gesagt habe ich noch nie mit jesse gespielt deshalb habe ich gar keine ahnung mit ja wie man gespielt um ehrlich zu sein okay aber die macht seifenblasen das bedeutet wenn ich zum beispiel dahinter ist ein gegner den hier mache dann bekommt das schaden wäre das sehr gut was das ging schnell okay das ging schnell der frank muss das hier noch ein bisschen über dem daneben ist ja und dann beide bekommen sehr gut einmal okay ich habe respawn wird das unser erster kill vermute nicht nein haben jetzt die gäste zu spielen am anfang sage ich leider ich bist nicht schwer weil ich die noch nicht auf wieder wird habe ja bist du schwer bist du schwer bist du schwer egal wir wollen trotzdem erster platz meine ganze crew hat mich querriere einmal montana flag 88 ich hab schnüpfen ganz schlecht Oh, die Tür auf. Oh. Ui. Memo. Okay, da vorne sind Gegner. Warum spielen... Das war unser erster Kill, glaube ich. Ey, mit... Mit der zu spielen ist so anstrengend. Man kann mit der einfach nicht spielen. Egal, was man tut. Man kann mit der einfach nicht spielen. Ja, egal. 3 Sekunden Respawn. Okay, rein da. Ich glaube, dahinten sind welche. Ja, ja, hier hinten. Okay, azi, azi, azi. Ui, ui, ui. Fang, komm, komm, komm. Ja, sauber. Ich da null kills. Einfach wieder durchgefarriert. Man kennt's doch. Man kennt's doch, Freunde. Und zwar... Wollte ich mal gucken, ob ich die... Upgrade kann. Wo ist sie? Hier. Ja. Wollen wir sie upgraden? Ich glaube, ja. Ähm... Ja. Okay. Nächster Round. Rein. Okay. Rein da, die Olga. Let's go. Okay. Nice. Okay, wir haben schon mal einen Devil-Punkt. Und... Was, 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 was? Stark. Stark. Erster Kill. Nein, er hat einen Kill geplaudet. Ehre. Oh nein, ich bin one. Ich bin one, ich bin one. Vorne ist einer. Ja, er hat gute Hits abbekommen. Er hat wieder gute Hits abbekommen. Okay, ich bin one, ich bin one. Aber der andere ist auch one. Ah. Stark. Unser erster Kill. Komm, 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 komm. Na, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet, Freunde. Das war... Ähm... Das war echt NPC-haft. Das war wirklich NPC-haft, bin ich ehrlich. Luf die mal NPC-en, die Kommentare schreiben. Sag ich dir, ich hab wirklich NPC-haft. Okay. Oh, El Primo. Aber ich kann El Primo nicht rein. Na, egal, wir sind wieder erster. Keine Ahnung wie. Ich hab gefühlt immer gefurriert, aber okay. It's around. Wir sind schon mal Stufe 4. Das bedeutet, meine Freunde, wir sind schon Stufe 4. Das bedeutet, es sind noch ein paar Stufen, da sind wir eigentlich fast beim Weltrekord. Also besser gesagt noch 3 Stufen, aber ist okay. Okay, rein da. Von der Struhe. Oh, erster Kill. Ja, komm, explodier. Explodiere. Okay. Nice. Okay, komm, ihr Gegner. Okay, guter Hit. Boah, den hab ich so gut bekommen. Holy moly. Camp keiner. Safe call. Ne, da camp keiner. Lol. Okay, Freund, ich hab wirklich gedacht, da camp das einer. Aber wie das aussieht, da camp dann tut auch keiner. Mitspieler besiegt. Okay. Ja, hier vorne ist einer. Ja, ein bisschen konzentrieren. Ich versuche gerade etwas defensiv zu arbeiten, aber auch aggressiv. Okay, da vorne ist ein Leon. Guck mal her, Leon. Ja, easy. Ah, mit Leon. Das war easy. Okay, meine Freunde. Die nächste Round hat begonnen. Und wir beginnen hier gleich direkt rein. Guck mal, da vorne sind Gegner. Bababababam. Bull. Ja. Bull hätte ich auch irgendwie Bock, das Video zu machen. Okay, der hat ein bisschen gekillt abgeschoppt, um ehrlich zu sein. Da sind wir mal beide ehrlich. Und zack. Oh, das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt. Oh, wow. Boah, wir haben eigentlich schon gekippt. Schon gewonnen. Wie gut ist ein bisschen... What? Erdkurs. Ich habe noch keine Ahnung, wie der heißt. Holy moly. Der ist ja richtig gut. Der ist einfach der Profi. Hä? Warum ist er so gut? Wer bist du? Warum steht er jetzt nur AFK? Er hat alle auseinandergenommen. Alle. Krass, Mann. Das muss auch so cool sein. Oh, da vorne. Easy. Easy, Clan. Das war es heute vom Video. Ich habe es leider nicht geschafft. Wenn ich das mal wirklich versuchen soll. Dann lasst ein Like. Dann lasst ein Abo da. Und dann werde ich das im Leiste machen. Abonniert den Kanal. Lasst ein Abo da. Ich würde was sagen. Haut rein. Tschö. Dort. Mittö. Tschö. Tschö. aren.